und die Leuchte nicht nur ab und ab und ab mit dem ersten der Weltkampf den wir aufnehmen und die Welt wird aus verschiedenen Teilen von anderen den Weg zu kombiniert in der rechten Ecke seht ihr auch auch so in der Linke Ecke das war da ja dann kann es auch schon los geht 2 einst du ja ein dort aus ja bleibt das mal aus der Bahn von Lusotter und Lusotter kreist erst mal um ihn herum und greift auch jetzt schon an die Jahre und so wie es aussieht verliert Lusotter und Rock Orsos gewinnt und Lusotter hat verloren und Rock Orsos hat gewonnen das war der erste Beyblade Kampf präsentiert von Dragons AHA tschüss und viel Spaß w we we we